Herzlich willkommen! Wir machen jetzt wieder ein Interview mit Ed Trout. Wir schalten um, weil jetzt eben im Saal Ed den unterschiedlichen Leuten prophetisch dient und das ein bisschen privat ist und man es auch nicht so gut sieht mit der Kamera, man kommt da gar nicht hin. Deshalb speziell für euch jetzt weitere Fragen, die ihr gestellt habt, die wir dem Ed stellen dürfen. So Ed, a lot of the questions were about how you became or how you found into the prophetic ministry. Also viele Fragen gingen darum, wie er so in diesen prophetischen Dienst hineingefunden hat. Also wie wird man Prophet? A prophetic ministry is birthed from relationship. Ein prophetischer Dienst wird geboren aus der Beziehung. Eine Gabe wird geschenkt von Gott und Gott gibt viele Gaben. Und die Bibel sagt, man kann auch eine Gabe durch das Händeauflegen erhalten. Aber der Dienst kommt eigentlich nur aus der Beziehung heraus. Gott macht wie so eine Geburt in uns. Man sieht, dass Petrus in diesen drei Jahren mit Jesus in seiner Gabe funktioniert hat, mit den Zwölfen und den Siebzig. Aber er hatte noch keinen Dienst, und das sieht man daran, dass nachdem Jesus gestorben war und dann wieder 40 Tage unterwegs war, nachdem er den Petrus am Fischen gefunden hat, nachdem er ihn eigentlich davon wegberufen hat. Also ist er wieder zurück zu etwas gegangen, wovon Gott ihn wegberufen hat. Und dann hat Jesus ihm gesagt, liebst du mich? Und er sagte, ja, Herr. Dann füttere meine Schafe. Man macht einen Dienst nur, weil man Gott liebt, nicht weil man es kann. Oder weil man begabt ist. Oder weil es eine Not gibt. Der Grund für einen Dienst ist, weil man Gott so sehr liebt. Also man tut es nicht für die Menschen, sondern für den Herrn. Um die Frage zu beantworten, wie das in meinem eigenen Leben geschah. Ich war Pastor in der Gemeinde. Und spätabends hat Gott mich dann in einen prophetischen Dienst hineinberufen. Ich habe ihm dann erklärt, er hat die falsche Person, aus mehreren Gründen. Als erstes, ich wusste gar nicht, was ein prophetischer Dienst ist. Und er hat mich nicht nur darum gebeten, jetzt aus dem Glauben zu leben, sondern eben auch andere Propheten zu trainieren. Und ich wusste nicht, wie das gehen sollte, weil ich das selbst gar nicht verstanden habe. Nur um herauszufinden, dass drei Monate später, als ich unterwegs war, Montag morgens mit meiner Frau und meiner Tochter auf dem Weg zur Gemeinde war, da sind wir über einen Bahnübergang gefahren und mitten auf dem Gleis blieb das Auto stehen und es gab nichts, was wir tun konnten. Und der Zug kam. Und wir sind aus dem Fahrzeug rausgerannt. Und da sagte mir eine Stimme, Da siehst du, wie du Verantwortung hast. Du hast deine Familie fast umgebracht. Geh und tu jetzt das, was ich dir gesagt habe. Und so habe ich immer ein Gift, seitdem ich den Heiligen Geist gefüllt habe, zu schauen in jemanden Augen und zu sehen, was sie fühlen. Also ich hatte schon immer die Gabe, seitdem ich die Geistestaufe hatte, dass ich in die Augen von jemandem reinschauen konnte und wie gespürt habe, was die Person spürt. Oder einfach Dinge über sie zu wissen, die Gott mir zeigt, indem ich sie anschaue. Und da habe ich dann einfach angefangen, als ich angefangen habe, habe ich für die Menschen gebetet und habe es ausgesprochen und so kam diese Prophezeiung. Und das wuchs dann einfach. Viele Leute, die ich treffe, haben eine prophetische Gabe. Entsprechend 1. Korinther 14, 31, kann eigentlich jeder und sollte auch jeder prophetisch reden. Aber nicht alle sind berufen, Propheten zu sein. Um so ein Prophet zu sein, da muss man in diesen Dienst hinein berufen werden. Und ein Schlüssel dazu ist es, wenn ich alle deine Gaben wegnehmen würde, würdest du immer noch einen Dienst haben. Weil die Gaben, die helfen deinem Dienst. Und das ist das, was ich vom Herrn weiß. Wenn du in einem prophetischen Dienst berufen bist, dann wird es erkannt, bevor du es überhaupt realisierst. Nächste Frage. Oh, herzlichen Dank. Thank you. Thank you. So, a few of the questions were on the topic of discernment. So, how do I discern or what are the differences between prophecy, fortune telling and future telling? Also, eine der Fragen war, was so ein Unterschied ist und wie man das definieren kann zwischen jetzt prophetisch reden oder Zukunftsvoraussagen oder Wahrsagerei. Und vielleicht auch, wie man das einem Nichtchristen erklären könnte. So, how could you explain that to a non-Christian? Okay, to a non-Christian, I would tell them that everything is a counterfeit and copy of the real thing from the Holy Spirit. Also, einem Nichtchristen würde ich sagen, dass all diese Dinge wie eine Nachahmung davon sind, eine billige Kopie davon, was der Heilige Geist tut. Prophecy is as old as the Bible. It's God speaking to men, through men, for men. Es ist Gott, der spricht zum Menschen, durch den Menschen, für die Menschen. Also, immer Gott, der spricht. Von Anfang an. Und es geht bis zum Buch der Offenbarung. Jede Seite der Bibel hat was Prophetisches drin. Also, es ist die Grundstruktur der Bibel und das Zeugnis vom Christus. Und eben das Wahrsagen, das ist eine Kopie von diesem Echten. The fact that it even has any kind of following is because the hearts are hungry and the prophetic is not flown the way it should. When it does, people won't go after fortune teller. Also, der Grund, warum das überhaupt existiert, ist, weil die Menschen hungrig sind, eigentlich nach Prophetie und diese Gabe nicht genügend da vorhanden ist und deshalb gehen sie dem hinterher. Jetzt versteht bitte, dass die Gabe der Geistesunterscheidung eine ganz andere Gabe ist. Da geht es um die Gabe, die erkennt, welcher Geist oder Dämon oder welche Sache hinter einer Aktion steht. Und wir entwickeln so Unterscheidung, wenn wir näher zum Herrn wachsen. Da erkennen wir Dinge. Wenn wir einen Apfel an einem Baum hängen sehen, dann wissen wir, dass es ein Apfelbaum ist. Wenn jemand voller Furcht ist, dann könnten sie vielleicht einen Geist der Furcht haben. Aber die Gabe der Geistesunterscheidung ist da, wo es keine Beweise gibt. Apostelgeschichte 16 ist da ein tolles Beispiel. Eine Frau, die hinter den Aposteln hergeht und schreit, hört diese Männer Gottes an. Und am dritten Tag haben sie dann den Dämon ausgetrieben, der das gesagt hat. Was der Dämon durch sie hindurch gesprochen hat, war wahr. Aber es war aber nicht vom Heiligen Geist. Und das ist das, was die Geistesunterscheidung tut. Es unterscheidet, in welcher Funktion so ein Geist am Wirken ist, sei es durch eine Krankheit oder durch irgendeine Verformung in der geistlichen Welt. Also diese Geistesunterscheidung kann also mit dem Prophetischen zusammen funktionieren, aber auch sonst. Ja, super. Eine weitere Frage war die, wie man damit umgehen soll, was man tun soll, wenn man etwas prophetisch zugesprochen bekommen hat und das so nicht eingetroffen ist. So I'll say it in English as well. What do you do if there's a prophecy and that does not happen? There are conditions to prophecy. Es gibt also Bedingungen zur Prophetie. Wir müssen gehorsam sein und wir müssen Glauben haben. Gott hat viele Dinge den Menschen gesagt, die dann nicht so eingetroffen sind. Zum Beispiel hat den Israeliten gesagt, ihr werdet in ein Land gehen, das von Milch und Honig fließt. Und nur zwei von diesen 600.000 Menschen sind je in dieses Land hineingegangen. Und was ist geschehen? Sie waren ungehorsam und sie haben nicht geglaubt. Und es gibt so viele andere Menschen, die kein gutes Ende hatten, weil sie nicht das getan haben, was Gott gesagt hat. Hezekiah hatte ein prophetisches Wort, dass er sterben würde. Das war nicht negativ. Und seine Zeit war gekommen. Und Gott hat ihn gewarnt und gesagt, er soll sein Haus in Ordnung bringen. Und hat den Herrn darum gebeten, dass er nicht bald sterben möchte. Also wurden 15 Jahre nochmal dazugegeben. Und das waren die schwierigsten Jahre seines Lebens. Also es gibt Dinge, die diese prophetischen Geschichten beeinflussen. Und 1. Timotheus 1.13, da heißt es, mein Sohn Timotheus, ich gebe dir diesen Befehl, dieses Gebot, das durch das Prophetische. Lesen wir auf Deutsch. Ja, lesen wir auf Deutsch. Das ist gut. Besser für dich. Ja, danke. 1. Timotheus. 1. Neue Testament. Ist es im Neuen Testament? Ist es nicht beim Propheten? 1. Timotheus 1, Vers 18. 1.18. So gut, wie du das alles auswendig kannst. Krass. So, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus. Gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Gute Kampf kämpf. Wir müssen guten Kampf kämpfen. Warum? Wenn eine Prophezeiung einfach geschieht, wir müssen den Kampf kämpfen. Mit den Prophezeiungen. Und die Art und Weise, wie man das tut, ist erstens zu glauben, was Gott sagt, und Gott gehorsam zu sein, und diese Dinge in Existenz hinein zu beten. Und da könnte ich noch vieles dazu sagen, aber ich gehe jetzt in eine andere Frage hinein. Jawohl. Danke. Das war sehr hilfreich. Ja, sehr hilfreich. Was haben wir hier noch? Ja, maybe the last one also about discernment. Again, the discerning, like we should discern each prophecy. What are the tools or the basic? Yeah, the testing. Es geht um das Prüfen. Wie prüft man und weiß man jetzt, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott? First Thessalonians. Erster Thessalonicher. 5, verse 19 says, Verachtet nicht die Weisagen. Do not despise prophesying. Verachtet nicht das Prophetische. Yeah, but testing all things. Aber prüft alles. And that's referring to prophecies. Und das bezieht sich jetzt auf das Prophetische. How do we test prophecy? Wie testen wir das Prophetische? Well, we know, first of all, it must be biblical. Wir wissen, es muss biblisch sein. We must have peace. Wir müssen Frieden haben. We must be able to witness with it. Wir müssen damit Zeugnis abgeben können. We must feel right in us words. Aber wir müssen es selbst abgreifen können. It must either confirm something I know. It must entweder was bestätigen, that I know. Or we must pray or look for the confirmation. Oder ich muss darum ringen und beten für eine Bestätigung davon. Man sucht nach einem Zeichen. Es kann ein Wort der Erkenntnis sein. Es kann etwas Prophetisches sein, das sofort eintrifft. Oder es könnte eine manifeste Heilung sein. Und das wird ein Zeichen sein für dich. Du wirst das Kindlein finden in Windeln gewickelt. Und so beginnt man dann die Prophetie zu testen. Yes. Und bitte diejenigen, die die Frage gestellt haben. Du wirst nicht durch das Prophetische geleitet. Du wirst durch den Heiligen Geist geleitet. Der Heilige Geist gebraucht das Prophetische. Also wir leben nicht von einer Prophetie. Wir leben durch das geschriebene Wort Gottes und den Heiligen Geist und durch das Leben unserer lokalen Gemeinde. Und der Heilige Geist, der gebraucht das Prophetische. Wir müssen es also nicht als weniger betrachten, als es sich ist, aber auch nicht. mehr als es ist. Amen. Hey. Gut. Vielen herzlichen Dank, Ed. Alles klar. Thank you very much. Gerdeschen. Ja. Hey also, ich hoffe, dass ihr einen guten Abend hattet, da was rausnehmen konntet. Wäre cool, falls ihr noch nicht abonniert seid, dann abonniert unseren Kanal und wenn ihr wollt, könnt ihr den Film noch liken. Auf Wiedersehen. Bis zum Sonntag. Ciao. 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 Ciao.